Ich habe dich zu Unrecht unterschätzt. Jede Hürde... ...schien sie auch noch so unüberwindlich. Du hast sie genommen. Ich hatte nicht erwartet, du wärst noch so... du. Meine Zeit als Mensch war vorbei. Aber ich fühlte mich lebendiger als je zuvor. Ich dachte, wir wären auf ewig in Sicherheit. Die Ewigkeit ist kürzer als ich gehofft hatte. Ich muss ein Verbrechen melden. Die Cullens haben etwas... furchtbares getan. Die Volturi glauben, Renesmee ist ein unsterbliches Kind. Sie wurde geboren, nicht gebissen. Sie wächst jeden Tag. Du meine Güte. Ein unsterbliches Kind zu erschaffen, war immer verboten. Und wird strengstens bestraft. Mit dem Tod. Was ist los alles? Die Volturi, sie greifen uns an. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werden uns die Volturi vielleicht anhören. Wir machten uns auf die Suche nach Vampiren in den entlegensten Ecken der Welt. Meine Familie ist in Gefahr. Ich brauche eure Hilfe. Jeder hatte andere Fähigkeiten. Du bist eine unglaubliche Frau. Wir stehen zu euch. Die Rudel werden kämpfen. Wir fürchten uns nicht vor Vampiren. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas geschieht. Nach 18 Jahren absoluter Mittelmäßigkeit. konnte ich endlich glänzen. Ich war der geborene Vampir. Es ist wunderschön. Wir haben die gleiche Körpertemperatur. Ich hatte nicht erwartet, du wärst noch so... du. Ich muss ein Verbrechen melden. Die Cullens haben etwas Furchtbares getan. Sie ist meine Tochter. Die Volturi-Glauben-Renesmee ist ein unsterbliches Kind. Sie wurde geboren, nicht gebissen. Sie wächst jeden Tag. Du meine Güte. Unser Geist.